So, herzlich willkommen an Bord! Eine Frage habe ich noch. Seid ihr alle bereit? Ja? Das habe ich mir schon gedacht, dass du bereit bist. Schnell! Für dich mit Überschlag. So, meine Damen und Herren, dann geht es wieder los. Dann nehmen wir euch wieder mit, dann starten wir durch. Jetzt geht es nach oben. So, dann schauen wir mal, wer sich da alles... Warum schreist du denn jetzt schon? Noch gar nichts passiert. Ist die immer so? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord. Es kommt ja jetzt eh keiner mehr raus. Also, ich wünsche euch viel Erfolg. Und ein bisschen Glück auch. Das hat doch niemandem geschadet. Jetzt geht es nach oben. Wir starten dann wieder durch. Da legen wir los, da legen wir euch mit. Jetzt geht's ab hier. Hier ist es. Das gute lauter Karussell, meine Damen und Herren. Freaky Friday. Der erste Tag vom Fest. Da holen wir das letzte aus der Karte raus hier. Nein. Wir 첫en. Varibox. So, ladies and gentlemen, komm her, 40 Meter sind okay, aber wer will das? Wir wollen ganz nach oben, wir sind hier in NME, wir machen noch keine halben Sachen, da geht das Ding ganz nach oben, ladies and gentlemen, 80 Meter über die Dächer von Pützchen, Die Dächer von Pützchen, die Dächer von Pützchen, die Dächer von Pützchen, So, da sind wir auch schon wieder oben angekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, heranher seid ihr am Fortress Tower, dem höchsten Burgdurm, den Bonn je gesehen hat, 80 Meter hoch, über 142 Tonnen schwer und wenn wir gleich die Bremse lösen, geht es mit 100 kmh, kommt dort oben wieder runter. Bewacht von Geister und Dämonen, meine Damen und Herren, tickt die Uhr, und zwar gegen euch. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow.